moina der herzlich willkommen zu einer neuen folge microsoft teams folge 10 und ich will heute wenigstens noch mein haus der ende bauen stimmt ich wollte das hausdach eigentlich aufs grünen machen ich will wenigstens mein hausdach heute noch fertig kriegen und ja dann in der nächsten folge werden wir die die mauer bauen und dann wollten wir den rage starten damit wir totems haben koste eine preise nicht günstiger machen muss hier einfach nur schutz geben und das am besten schutz 5 oder dornen ich glaube es würde schon reichen wenn wir schutz vier hätten ja schutz zwei schutz vier nicht schutz zwei das ist die hälfte von dem was wir haben wollen das ist nicht das was ich haben möchte was ist immerhin ein anfang wir sind schon mal beim richtigen weg wir sind schon mal auf dem richtigen weg mann kannst du abhauen ich will nichts von dir kaufen ich nichts kaufen will du abhauen sollen sei doch nicht so aufdringlich ich lasse den kollegen schon frei wenn er mir das gibt was ich möchte was glaube ich nie passieren wird wolltest du nicht so ein rathaus bauen ja das wollte ich eigentlich in dieser folge machen ich sprügele ich ja weg da schwirr ist ja okay ich müsste jetzt genügend haben um ein dach fertig zu bauen ich habe eins zwei drei vier fünf sechs ich finde irgendwie slaps passen mann bitte gib mir doch schutz vier fünf dornen zwei oder drei ich wollte heute noch meine ausbeihöhen darfst du nicht und du sollst nicht so aufdringlich sein ich werde schon was von dir kaufen sei doch nicht so aufdringlich das ist für ein emerald das wird ja kein mensch abkaufen 64 sticks ja für einer wird hä wir haben aber einen der schon 30 sticks ah ja nein das ist der der seine preise komplett teuer gemacht was winter rabatt 200 prozent 200 prozent winter rabatt ne eigentlich minus 200 prozent na gut 200 prozent für mich eine ewig geld späte doch ok der erste steck ist schon mal weg das ist eine lebensaufgabe hier dorn 1 es ist ein anfang bitte gib mir dorn 2 oder 3 dann am besten wenn du schon dorn gibst 2 oder 3 allein das würde mir helfen schärfe 4 das ist nicht das was ich wollte hörst du mir zu überhaupt ne der wird sich auch nur so denken bla 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 schärfe 1 das was komplett der hat halt kein bock mehr ne der will halt eigentlich schon lange feierabend an welchen feierabend der ist von der welt ausgeschlossen gerade ich habe ihn eingesperrt das ist mein eigentum jetzt mein eigentum also werde jetzt endlich mal das was du sein sollst kann ihn mal mein nennerschwert zeigen dornen 3 echt hat das ja oh gott also jetzt war nicht schutz 4 aber dorn 3 alter soll ich das machen ja mach das ich sonst kriegt ja wieder 10.000 jahre nichts ich habe keine bücher ich habe noch acht bücher momentan ich habe auch jetzt acht bücher okay der nächste stack ich habe nur noch zwei stecks slabs danke 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 dass es zumindest dornen 3 gibt wir haben ja einen schönen ambass hier irgendwann war dann doch gnädig irgendwann hat er doch aufgegeben ja haben wir weizen nö ich habe wirklich kein weizen doch hier mein dach nimmt form an und und wir vermehren euch nein oh mein gott creeper hätte fast geschwenkt alter ja geh weg du creeper was hast du gesagt creeper creeper hätte fast ein creeper jetzt würde ich hier ein creeper einblenden creeper das ist genau wie minecraft ender der meerhöhlenfrau ein creeper alter ja wahrscheinlich ein creeper ich will ja nichts sagen aber so langsam gehen mir die slabs aus und mit so langsam meine ich hab jetzt keine slabs mehr ja dann muss ich eben hier ein bisschen was von unten obwohl ich würde sogar das von unten so lassen das geht sogar so finde ich und ich eben noch mehr holz so hauptsache ich sag letztens so dass ich immer ein wasser einmal dabei habe und ich habe jetzt gerade einfach kein wasser einmal dabei ich habe immer ein wasser einmal dabei ich eigentlich auch aber gerade irgendwie nicht oh gott creeper auf gott spider die sind ab naja habe ich ist auch ein bisschen richtig stark wird jetzt nur schutz 4 für dich und da sind wir op oder schutz 5 ne schutz 5 gibt es nicht schutz 4 ist das kein schutz 5 ne schutz 5 gibt es nicht ich google gleich mal aber ich könnte würde sagen eigentlich schutz 5 gäbe es aber schutz 5 gibt es wirklich einfach gar nicht meinst du oder weißt du es naja ich würde meinen schutz 5 gäbe aber wo ich mal meine brustplatte auf schutz 5 machen wollte hat es nicht funktioniert ich komme jetzt ich komme jetzt ich mache das doch tatsache es gibt plus schutz 4 ok ja ich würde meinen schutz 5 gäbe es würde ich auch meinen früher früher ich würde sagen früher gäbe es schutz 5 ich würde sagen gut. Damals habe ich immer an denen gezweifelt, ob die wirklich sinnvoll sein sollen. Doch, ich finde sie richtig gut. Aber jetzt, wo ich mein Haus baue, finde ich schon, dass die sinnvoll sind. Ey, ich habe halt kein Steak mehr. Okay, ich habe wieder 42 Slaps. Mal gucken, ob das reicht für mein Haus. Okay, so langsam blicke ich nicht mehr durch bei meinen Slaps. Hast du noch ein bisschen was an Slaps da? Welche? Äh, normale Eisen. Mh, glaube ich nicht. Komm, musst du mal gucken. Du hast zwei. Du hast noch drei Farben. Jungen, mach doch nicht hier dein ganzes Zeug hier in die Truhen rein. Ja, ich. Bei der IP-Form. Nö, das hatte ich auf einmal, das lag da schon drin. Ja, ja, ja. Also jedenfalls diese Steintreppen und so. Ah, hier ist mein Wasser einmal. Okay, 20 werden denke ich mal nicht reichen. Okay, da werde ich wahrscheinlich heute doch nicht die hier Dings noch bauen können. Ach, die sind schon wieder da. Ich muss hier ein Enem, man. Ah, ja. Aber hey, immerhin hat mein Haus schon fast ein Dach. Ich sag bewusst fast. Und ich würde sagen, dass wir es für die Folge gewesen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Klöcke, um kein Video mehr zu verpassen. Fünfzehn Minuten aufgenommen. Fünfzehn Minuten aufgenommen. Siebzehn. Siebzehn. Aha. Ja, es ist eine kleine kurze Folge gewesen, bloß weil ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe. Ich werde das Dach noch fertig bauen, auf Screen und dann werden wir in der nächsten Folge ein bisschen die Mauer bauen und so. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Klöcke und schreibt einen netten Kommentar. Würde mich sehr freuen. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschau. Tschau.